Es ist gestartet, bin ich mal richtig gespannt. Okay, wir warten mal bis der Bildschirm kommt, bis der Ladebildschirm kommt. Wohin gehen wir? CT? Oder ist egal? Ja, wir können... Wir können... Ne, jetzt nicht, wir sind zwei Teams, aber wir versuchen es dann. Wir gehen CT. Okay, gut. Es sei denn, es ist voller oder richtig voll und tig. Wie ist mein Sound? Gut? Ist der gut so? Sein Sound ist richtig schon voll in Ordnung. Ich nehme nicht mehr meine Webcam, ich nehme ein Ding. Weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich aufgenommen habe? Was denn? Meine Linse von der Webcam war verschmiert. Das heißt, meine Facecam ist etwas... Naja... Scheiße, du weißt, wie das... Warum geht es hier nicht los? Kannst du mir das sagen? Weiß ich nicht, Mann. Kannst du mir das... Warum nicht? Halten ran! Ich mach nochmal... Abbrechen... Wann mach ich nochmal... Los? Mal gucken, ob das klappt. Ja, geht doch! Ja, sauber! So! Geht los! So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Letzla zu uns spielen! Halt meine Hand! Mit dabei ist der gute, gute Merkatze! Wir spielen heute... Und zwar den Modus... Und wir gehen Tee! Lass Tee, lass Tee! Wir spielen den Modus Wettrüsten! Das ist der Modus für alle Noobs und Boons! Es geht darum, dass man alle abknallt, dann kriegt man neue Waffen! Und das geht so, bis man alle durch hat und dann Messer und dann muss man Messern! Und dann gewinnt man für... Ich werde noch nicht mal zum Messer kommen! Ja, ich werde alles geben! Wir müssen zerficken, Junge! Ja, okay! Ich hab das noch nie gespielt mit diesem Modus, ne? Echt nicht? Okay, ich... Mein Aim ist gerade richtig rotze! Den hab ich! Okay, oh! Den schaff ich nicht! Wieso hab ich den nicht?! Ach, plötzlich... Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen Ragen! Einfach nur ein bisschen Ragen! Ja, wenn wir Ragen, dann müsste das eigentlich alles klappen! Die sind alle oben, die P-Sharp! Die werden erstmal... Ey, mein Spiel hängt! Das geht! Den so hängt ein Spiel, wir brauchen nicht! Ja, ich hab eigentlich... Da war schon... Oh, ist fast down! Ich bin... Da ist einer! Da ist einer! Der kommt oben durchs Dach! Es sind überall welche... Das ist das Schlimmste ist, wenn die deinen Spawn... Wenn ihr deinen Spawn einnehmt und dann von hinten immer richtig abfacken! Wo ist der? Wo ist der? War wie keine... Der hat uns... Das gibt... Das ist wie... Der hat aber... Im Kleiderschrank sind auch welche! Ich hab noch einen, ich hab noch einen gekriegt! Ey, was?! Den hab ich gar nicht gesehen! Fuck! Der hat sich da voll am Zaun versteckt! Voll fach! Voll super Idee! Nur Ficker! Scheiße! Oh, der 4 MP9! Schieß doch! Nein! Er hat mich gemessert, die Sau! Wie, der hat schon ein Messer, der Ficker hat! Jeder hat ein Messer, aber nur das Goldene Messer bringt... So, noch einmal, ich sag! Kassiert er direkt! Den Win! Hauptsache Punktliebe Stand bleiben, alles Anderes... Feated! So! Nice! Als ich gesehen, wie ich den da zernippt hab! Oh! Da kommen die rein! Die kommen rein! Boah! Junge, jetzt geht's ab! Ey, die wollen dich rausschmeißen! Ja, ich drück' F2! Ach so! Die wollen mich rausschmeißen! Ja, okay! Alles noch, weil ich ein übelst geiler Ficker bin! Mach einfach! Schieß einfach durch die Wand! Ist doch scheißegal! Ist echt so! Einfach musst du hier durch die Wand knattern! Schieß einfach durch die Wand! Das ist... Wallhacks! Wallhacks! Alles! Hier erkennt einer! Bitch! Ich hab dich, bitch! Will er sich da verstecken? Weißer will er noch vielleicht Beech mit hin? Mit Tasse Kaffee da? Wo? 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 Wo versteckt ihr euch? Komm doch mal zum Pappen! No one can beat me! Oh mein Gott! Da ist er! 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 Ach jo! Ach jo! Ach jo! Das kann er nicht sein! Das kann er nicht sein! Das kann er nicht sein! So nicht, liebe Freunde! Ich geh nach oben! Ich geh nach oben! Ja, klär mal alles oben! Du musst alles zerstören! Ja, sicher! Das ist die Wiese durch! Ja! 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 Ich bin auf dem Spawn! Da lag einer! Ach so! Ach so! Ich bin jetzt bei der Max-7! Oh, scheiße! Na! Mein Gott! Ich bin nicht erster! Ey, das gibt es nicht! Nur 11?! Was?! M4er! Jetzt wird gerattert! Gerattert wird jetzt hier! Scheiße! Problem ist, dass die halt die guten Waffen, die sind halt auch wieder schnell weg! Ne? Da kam noch einen! Komm! Komm rüber! Komm rüber! Trau dich! Nein! Egal! Ich hab jetzt Autosniper erstmal glaub ich zu erinnern! Da hat noch einen! Nein! Das ist meine Lieblingswaffe! Boah! Wo kommt... Ne? Ich lade dir mal zu schnell nach! Das ist ein Call of Duty-Syndrom! Noch einen! Noch einen! Sauber! So! Jetzt werden sie alle geholt hier! Stark! Noch einen! Sniper! Es sollte doch immer nie ein Problem sein! Ungefähr das wohl! Noch einen! Noch einen! Noch einen! Überhört bei mir heute! Nägels hab ich jetzt, Junge! Jetzt muss ich wieder stürmen! Ja! Mach's mal! Auch wenn ich hasse die Nova! Mach's mal! Witz bei mir gleich! Aber in der Safehouse geht das eigentlich! Schlimm ist auf Lake! Mit einer Schrot! Junge, Alter! Ja, ja! Ich geh ins Haus! Safety first! So! Und? Du bist einfach nur am Spray mit der Dicken, Alter! Sack hab ich den, Alter! Boots! Noch einen! Ja, Barrel! Jetzt hab ich einen Sniper! Jetzt, jetzt, jetzt reicht! Jetzt geht's los! Um! Der sollte man eigentlich nicht nachladen! Das gibt's ja! Noch einen! Ich steh jetzt einfach nur hier an der Tür! Er will von der Leiter aus schießen! Einer ist nach oben! Ja, den hol ich mir erstmal! Da ist er! Ja, ich weiß nicht, ob jetzt einer nicht mehr kommt! Noch einer! Fuck! Stufe 13! Stufe 14! Ah! Leute, bald ist es soweit! Die Tech-9 ist schon geladen! Ich hab ihn angeschossen! Oh ja, dieser Latsch! Oh ja, dieser Latsch! Alter, ich komm mit dem MG gar nicht klar! Ja, den, äh, mit dem MG ist echt... So, geholt! Ach, aber ich kann ja die ganze Zeit switchen, ne? Ja! Liebe Leute! Liebe Leute! Liebe Leute! Liebe Leute! Ich muss... Es geht so nicht! Es läuft! Es läuft! Ich muss anders hier! Da war der hinter mir! Scheiße! Ja! Ich glaube natürlich... Eigentlich hätte ich jetzt ein bisschen ausweichen müssen! Nein! Oh oh! Einer hat Goldmesser! Oh oh! Einer hat Goldmesser! Lass dich nicht neifen! Versuch nie stehen zu bleiben! Ich brauch'n Kill! 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 Ich brauch nur noch dieser eine Scheiß! Nein! Ich hab's auch noch gesehen! Dieser Ficker, alter! Dieser Ficker! Ey, der ist ja bei uns! Egal! Trotzdem Ficker! Ohne Scheiß! Das wär' mein Moment gewesen! Ich hätte das Messe haben müssen! Und hätte dann... Alles richtig gemacht! So! Vielen Dank fürs Zuschauen! Dankeschön, Makaze fürs Rangen! Ja! Immer wieder gerne! Wir spielen glaub' ich noch ne Runde, ne? Ja komm! Eine geht noch safe aus! Alles klar! Das war's! Bitte abonnieren! Liken! Und... Wir haben euch alle lieb! Macht's gut! Tschüss!